Wie gesagt, das wird ihnen nicht passieren. Es ist wieder Oni, hey. Jeder spielt nur noch Oni, warum? Die Hitbox ist riesig. Er muss nie richtig treffen. Ja, okay, verstehe. Wieder Oni, ja. Aber die Runde wird diesmal... Oh. Danke für den Block. Verdient kam als eine Bitch. Und sie nahm dir das Leben. Sehr schön, heb sie auf. Weg. Weg damit. Braucht keiner. Boah, in der Zwischenzeit ist sie nicht vom Haken runtergekommen? Alter, es hat gerade eine halbe Stunde gedauert. Die wäre doch locker runtergekommen. Oh, der irre... Claudette, hör auf. Ist sie echt runtergekommen? Boah, jetzt, jetzt. Oh, jetzt rastet er aus, Chat. Jetzt rastet er wieder aus. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Dass die Kirche noch steht. Junge, Junge. Das ist ein Wunder. Muss vorsichtig sein. Er ist auf jeden Fall in der Kirche. Aber er hat kein Terroradius mehr. Jetzt müssen wir halt nur noch auf das Leuchten seiner Aura achten. Aber ich ärgere mich, Chat, dass ich mir vorher nicht den Season Pass geholt habe. Dass ich irgendwann gesagt habe, der kommt mich auf mit der Bedelle. Schade. Hätte ich es einfach mal weitergespielt. Dann wäre ich jetzt um einiges besser. Um einiges besser. Und würde mit dem einen oder anderen Killer schon gut sein. Aber... Muss ich alles nachholen. Schade. Jetzt muss ich mir nur noch diese komischen Zehen kaufen. Diese 1000 für... äh, den Pass. Oh, fuck. Ah, da ist die Palette. Ah, come on. Ey, 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 ey. Oh, hier ist ja gar keine Palette. Oh, hier ist ja gar keine Palette. Will er mich oder jemand anderen? Okay, jemand anderen. Ist das schön. Äh, Viktoria. Das ist eigentlich... Das ist nicht witzig. Das ist eher traurig. Selbst die Bots haben schon Mitleid. Wie gesagt, aber... Bots findest du bei den meisten Streamern. Das ist halt so. Da kannst du nichts gegen machen. Die kannst du bannen und dann sind sie trotzdem noch da. Das ist der letzte Gen jetzt. Hi. Lalalala. Ah, warte, 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 warte. Ey, 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 ey. Ach, Mann. Ich hampel da nicht umsonst wie so ein Affe umher. Ja. Ja. Oh, oh. Muss los, Bruder. Scheiße, Mann. Ich habe nicht darauf geachtet, ob mein Perk ready ist oder nicht, ey. Wir müssen langsamer gehen. Mein Perk muss ich wieder aufladen. 45 Sekunden. Ja, ich würde euch gerne heilen, aber es ist so riskant mit dem Dude da. Jetzt läuft er hin und her, weil die so nah beieinander sind. Los, geh ich weiter. Das ist so. No way. No way. No way. No way. Los, rand, 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 rand. Ziehen wir durch, ziehen wir durch. Ich glaube, ich ziehe durch, Claudi. Alles gut, ich ziehe durch. Mach einen Ausgang auf. Hör auf, den Typ vom Haken zu retten. Och, Claudi, Mann. Warum? Ach, come on. Kann ich hier nicht rüber springen? Ich, ich renne mal dorthin. No way. No fun. Claudi, los. Mann. Sei. Ja, ja, ja. Ist das? Oh, das ist. Oh, fuck off. Haha. I need some backup. Scheiße, Mann. Ich werde sowas und sterben. Ich werde sowas und sterben. Ich werde sowas und sterben. Oh, yes. Raus. Mann, ihr blockt mich. Ich will nur raus. Ich will nur raus. Scheiße. Ich wollte nicht mehr. Ich kriege. Ich wurde nur raus. Ja, ich weiß.